Herzlich willkommen zum Video über die Helios P-Serie, jetzt in der dritten Generation. In den letzten zehn Jahren hat sich die Helios P-Serie zu einer zuverlässigen und leistungsstarken Lösung für Profi- und Heimstudios entwickelt. In der dritten Generation gibt es jetzt eine 600 Watt Version und eine 300 Watt Version. Im Paket enthalten ist natürlich einmal eine Bedienungsanleitung, dann dieser Standardreflektor, ein Kaltgerätekabel, um das Ganze mit Strom zu versorgen, ein Auslösekabel, um das Ganze, wenn man das möchte, kabelgebunden betreiben zu können und natürlich das Blitzgerät selbst. Hier vorne ist dann eine Schutzkappe drauf, die kann man einfach entfernen und dann sieht man auch schon, die Blitzröhre ist bereits montiert. Wichtig dabei ist, nie diese Blitzröhre einfach so mit den Fingern anfassen, weil dann bilden sich Fettablagerungen und das Ganze wird super heiß. Also immer Handschuhe tragen oder ein Handtuch nehmen, wenn man die Blitzröhre wechseln möchte. Was man nämlich hier auch ganz einfach selbst tun kann. Neu jetzt in der Helios P3 Serie, also in der dritten Version, ist, dass das Einstelllicht ein helles und wartungsfreies LED-Licht ist. Dieses hat 25 Watt. Außerdem haben wir hier hinten jetzt ein übersichtliches Info-Display. Der Blitz hat eine Abbrennzeit von einer 800 Sekunde bis zu einer 1200 Sekunde und eine Folgezeit, also wie lang es dauert, bis der Blitz wieder aufgeladen ist, von 0,2 bis 1,3 Sekunden. Diese Zeit ist dann immer so ein bisschen davon abhängig, wie hell ihr gerade das Licht eingestellt habt. Diese Helligkeit kann nämlich super frei geregelt und so auf die individuelle Situation angepasst werden. Das Licht ist dabei Tageslicht neutral bei 5600 Kelvin. An der Front ist dann der Helios Mount zu finden. Dieser Mount ist kompatibel mit dem weit verbreiteten Bowens Mount. So könnt ihr zum einen Helios Lichtformer, wie Softboxen oder Beauty Dishes montieren, aber auch Lichtformer von Drittherstellern. Das Ganze wird dann, wie man es vom Bowens Mount kennt, reingedrückt, verdreht und rastet dann ein. Wenn man das Ganze dann wieder abnehmen möchte, muss man einfach diese kleine Nase hier nach hinten ziehen, das Ganze vorne wieder verdrehen und kann es dann wieder abnehmen. Ausgelöst werden kann dieser Blitz zum einen mit dem mitgelieferten Auslösekabel, was ich eben erwähnt habe, über die Infrarot-Servozelle oder über den eingebauten Funkempfänger. Hierfür braucht ihr einfach den passenden Auslöser, den ihr auf eure Kamera auf dem Blitzschuh steckt, welcher dann per Funk das Auslösesignal an den Blitz weitergibt. Das ist die neue Helios P3 Serie. Super professionell und zuverlässig. Schau sie dir jetzt auf unserer Webseite an und probiere sie am besten einfach mal selber aus.